ja hallo und willkommen zu kommentare kommentieren ich fange mal mit jörg gräse vor sechs tagen das hatte ich schon beantwortet im spanischen kommentar mit dem neo 2 das hat sich mich erledigt mit dem neo diesen selbstzieht brettern ach das war das hier so ein mist habe ich noch nicht gesehen damit die spielstärke eines schachgummshooters dermaßen künstlich beschnitten damit sein only schachgummshooter halbwegs eine chance hat was soll das ein starker schachspieler für doch auch nicht gegen einen vermeintlich schwächeren schlechter nur damit sein gegner eine chance hat das ist nicht unbedingt gesagt ich habe nämlich wer weiß anna kremling gegen den großmeister großmeistert sagen wir mal ein großzügiges gambit gespielt wie großzügiger spiel war sagt die partie aber trotzdem gewonnen was soll man als betrachter dabei lernen so ein unrealistischer mist schaue ich mir nicht mehr an das ist meiner meinung nach vertane lebenszeit ja warum muss ich das dann an wir sollten uns alle sollten nicht alles so ernst nehmen mein kanal dient der entspannung falls ihr ein problem haben es kommen auch bessere zeiten ja gut ich habe übrigens ich weiß nicht ob die ich glaube zum jetzigen zeitpunkt sind die videos noch nicht online also die werden ja erst immer freigeschaltet an bestimmten tagen also ich habe auch mittlerweile mschess gegen also mit 300 mega gegen mschess und gegen solche programme spielen lassen ersatzfiguren kosten bei nigermann 149 euro bretter ohne figuren habe ich noch nicht gesehen gleich geschrieben die findet man auf der seite von millennium kann da hochgegeben wahrscheinlich weil ich noch kommentieren wollte wie alt wirst du zu alt 56 56 so jetzt kann ich mal auf unbeantwortete gehen weil das mache ich ja teilweise damit ich besser herausfinden welche ich noch nicht beantwortet habe ja ganz klar gemütliches video von dir mag die abwechslung deiner computer versus computer vielen dank se dom brie jörg rese wenn bei der figuren erkennen eine figure kaputt geht ist klar dann kann man ja nicht irgendwas nehmen als ersatz ein bisschen störend wäre eigentlich nur ich weiß nicht und wahrscheinlich alle 1000 jahre mal so gefühlt vor wenn man jetzt auf liches eine partie spielt und da kommt es tatsächlich mal vor dass man das er geht eine dritte dame holt als könnte mir vorstellen da kann man eventuell noch auf dem smartphone selbst weiterspielen als als notnagel ich weiß nicht wie es beim genus exklusiv ist ich habe mal gehört dass sie hast ja stimmt dass sie hast tabellen bei niedrigen stufen nicht genutzt werden und erst bei höheren stufen das habe ich auch mal gelesen die café long schmucke ist der hammer genial genial vielen dank man jungs heizen damit ihr zimmer es hat also auch sein gutes nur im sommer ist doof wie dieses jahr also das geht um die playstation 5 geht das ja die spüren mit der playstation 5 und die playstation 5 ersorgt ja erzeugt so viel energie dass die damit ihr zimmer heizen da wird schon energiesparen und heizlüfter gelabert und tausende ps5 blasen das gesamte jahr über 46 grad hinten raus ich habe das mal gemessen ein infrarot thermometer die wäre mir momentan noch zu strom fressen das war schon der sitze kommentarier das war es 220 watt im spielbetrieb das ist mir ein bisschen zu heftig was empfehlen die spiele und verfügbar ist dieser klapperkasten ja auch nicht bei läuferkönig läuferkönig kann man ein kann man keinen geilen endspiel gewinn erwarten ich hatte wenigstens erwartet dass er remis macht ich hatte ja keinen geilen endspiel gewinn erwartet aber ein remis sollte da wohl drin gewesen sein das endet immer im endlosen figurenrücken nach 278 endlosen zügen ende die partie endlich im remis mit dreifeliger stellungsverholung was ich immer so langweilig finde ist wenn das so eine stellung ist wo die bauern so verzahnt sind dass der quasi keiner ins lager des anderen reinkommt und dann wird das große brett polieren anders hat der kürtig der wandert auf sämtlichen feldern im eigenen lager hin und her bloß keine zugverholung zu machen jedes feld mit die figuren abzuschicken und ich schon vorzeitig an remis zu gehen auch schon genau daran verzweifelt so das war leider schon die kommentare das waren schon die kommentare das bringt mich so dem aufruf am 24 10 habe ich geburtstag da könnte ich werde 56 jahre alt falls die frage noch mal kommt ihr könnt ihr in den kommentaren des videos welches an diesen tag veröffentlicht wird in diese kommentare einfach reinschreiben eure geburtstags glückwünsche haut sie raus und wer meine adresse hat ich mag sehr gerne post die lese ich dann vor also einfach einen brief schicken oder eine schöne postkarte das wäre eine tolle sache und ja leider ist es das schon mit kommentare kommentieren es waren nicht so viele kommentare jetzt hier was soll ich da machen ich bedanke mich auf jeden fall verabschiede mich bis zum nächsten mal und hoffe dass ihr da kann ich auch nicht wünschen frohe weihnachten et cetera auf jeden fall vielen dank für die kommentare und ich hoffe auf mehr kommentare für weitere videos tschüss bis zum nächsten mal